hallo leute und herzlich willkommen zu diesem video ja es muss schon wieder so ein video sein ein kurzes lebenszeichen von mir das ding ist red hat ja neulich ein video gemacht von wegen was ist denn bei mir los und ist darauf eingegangen was ich gesagt habe ja es kommen mehr videos und alle kanäle werden mehr belebt und ich habe kata und so ja nee das ding ist ich habe nebenbei neben youtube noch ein paar andere sachen wollen im moment gerade band ich weiß nicht wie man sieht ob man es gut sieht da sind wir halt ziemlich dran und musik ist auch einfach was wo ich sehr gerne zeit rein investiere dann habe ich aber auch noch halten und das problem ist einfach es reizt mich einfach nicht mehr so videospiele zu spielen ich weiß nicht wieso also im moment gerade bin ich voll in red dead drin und das bin ich gerade so ein bisschen privat so ein bisschen am spielen aber halt so generell weiß ich nicht egal ist reizt mich aber nicht mehr so ich würde viel lieber eigentlich mehr real life videos machen aber wenn ich das jetzt auch schon wieder sage so denken die leute es kommt real life stuff nee weil ich weiß nicht was ich machen soll und das ist halt generell so ein bisschen das problem ich würde gerne mehr videos machen aber ich weiß halt nicht was und andererseits habe ich aber auch nicht wirklich viel zeit und deswegen sage ich jetzt einfach es kommt etwas wenn es kommt und wenn nichts kommt kommt ob ich nichts ich versuche einfach ein bisschen videos zu machen und auch nur noch auf dem main king kanal die anderen sind erst mal stillgelegt weil erst mal keine aufmerksamkeit um 20 mal es kam ja eh nicht in videos also wieso sollte ich die noch aufteilen dann bringe ich aber auch das best of oder auch das kürbisschnitzen wäre auch ein real life video gewesen die bringe ich einfach jetzt auch auf einen ganz normalen kanal weil ich mache dann aber sonst noch keinen sinn auf jeden fall wie gesagt ich versuche videos zu machen gaming vielleicht auch mal real life vielleicht auch mal keine ahnung was ich versuche es aber ich kann einfach nichts garantieren deswegen verzweifelt nicht wenn gleich eine woche kein video kommt ich versuche mich heranzuhalten dass ich ein paar videos bringen kann pro woche aber ich kann es einfach nicht garantieren weil es ist mein zeitplan ist immer ziemlich voll ich versuche mein bestes zu geben leute wie gesagt wenn videos kommen dann kommen videos wenn keine kommen kommt keine ich versuche mich heranzuhalten aber ich kann nichts garantieren deswegen ja keine info kleines lebenszeichen von mir an der stelle auch eine kleine antwort an der red und an euch natürlich deswegen ja wenn es euch gefallen hat was doch ein like und ein abo da wenn ihr mich supporten wollt trotz meinen kuriosen plänen ich hoffe ich werde nicht länger als eine woche immer ins exil verschwinden und dann wieder auftauchen aber man weiß es ja nie leute deswegen bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal